an der Stelle weiter Ich glaube wir müssen jetzt in den Supermarkt rein Moin Alex Jetzt muss ich das Ei hier trainieren Mich passt gut drauf auf Ein kostbares Ei, ja Aprikoko Bau Ich hab's Wunderseite erhalten Oh ne Bullock Krass Moin Armin Was geht Joa soweit soweit Arvis Tutti Arvis Tutti Frutti 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 Morgen kommt das raus aus Update Weiß ich nicht ob ich das morgen schon zocken will Meinst du es lohnt nicht erstmal noch ein bisschen zu warten Du 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 Da muss man später dann zeigen, wie ich alles installiere. Was heißt später? Geht gleich zur Arbeit. Hast du nun diese Woche Spätschicht, bis heute Nachtschicht? Ja, musst du wissen, Armin, mir ist das eigentlich Peng. Ich weiß nicht, aber du könntest natürlich auch mal gucken, ob es vielleicht irgendwie Videos gibt, wo das erklärt wird, für ein oder andere, dann kannst du dir das eventuell angucken auf Schnelle Welle. In der nächsten Woche fange ich um 5 an. Okay. Bis 14 Uhr an, oder was? Also im Krumm und Ganzen brauchst du eigentlich nur den PokéMMO-Ordner und musst da halt dann die dazugehörigen ROMs, das ist sogar auf der PokéMMO-Seite erklärt. ... Ich guck mal, was schreit er denn so? Mich hab ich erschrocken! Ich liebe Alex. Hä, ist doch der richtig geschrien, oder? Ich hab mich voll erschrocken! Ja, hier, das kommt jetzt von meinem nächsten Monat, ne? raids er kann mit mehreren leuten raids bestreiten so bestimmt auch cool ja hier bei pokémon ob der nächste monat irgendwie klappt jetzt relativ am anfang des monats aber schon ein update dass man kann so wie bei schweren schild falls du spät das kam ein bisschen am popo das ist ja genau so sehr gut so muss er sein ein squapsel wie geht es dir heute ich spreche mal mit dem chef die zeit vergeht zu schnell aber ich danke dir für ein wie ich habe im elften monat vielen vielen dank kuss macht mal hier hype für den alex im chat danke 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 der sind nur kariborat wie geht es dir heute nächsten monat ein jahr junger krass pokifan bleibt von anfang pokifan so ist es und so bleibt das auch ich habe gerade gesehen die switch 2 wurde jetzt offiziell von nintendo bestätigt vielleicht kommt da ja mal wirklich dann bald auch mal ein pokémon was man auch angucken kann ja nächstes jahr ein jahr ich habe einfach nur mit karpodors ist einfach armin fisch trainer armin so muss es eigentlich dein namen machen im spiel hier fisch trainer armin was ich bin aber erst gefützt november dazugekommen das weiß ich gar nicht nur elf monate und vier tage kommt hin na krass damit schnell die zeit rum ist aber eigentlich sorry was ist das erste jahr das wichtigste jahr würde ich sagen alles danach ist bonus hey princess 4 wie geht es dir heute hey princess 4 wie geht es dir heute ja ist safe ging unverschnell jetzt ging ultra schnell hungrig danke für das stichwort ich erst mal eben wacker das ist nicht deiner das ist nicht deiner ich habe auch hinten noch ein pikacho hat mir meine schwermutter bestellt irgendwie wurde geschenkt bzw einfach geschenkt pika macht auch mehr pika macht auch mehr keine ahnung wo das her ist gar nicht denn ich sagen sehr gut sehr gut nicht ich ich ja und ich 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 Name TobiPi, junger Ritiker Spoiler Ich meine, ich wusste ja, was da drin ist, aber trotzdem Ich tippe jetzt zwei ein zu Slowakei Spielen wir heute auch schon wieder? Krass Ich meine, ich bin Türkei Ich bin Türkei Klasse Ich bin Türkei 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 das andere war ja auch langweilig ja auch na klar ja sundauern Ja, aber der Gelb ist scheinens Go-Agro, Alter. Mit Hidden Ability, mehr wollen wir auch nicht. BAM! 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 Ja, ich sammle auch Pokémon. BAM! 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 schon das für einen shiny dabei ist es nur eine gang sandanz apricoco rein in den popo Hier ist Sandan verseucht alles eben. 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 Hier ist Sandan. Hier ist Sandan verseucht alles eben. Hier ist Sandan. 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 Jetzt wirds vom Booster Haha Schwein Schwein Werden Sie jetzt zu, Bart? Werden Sie jetzt zu, Bart? Werden Sie, Bart? Werden Sie jetzt zu, 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 Bart? Und Shining Glurak, 118.000.000 und 128.000, zwei Stück. Ta-ta-ta-ta! Togepi! Ta-ta-ta! Weg mit euch, die Schweinchen! War da unten jetzt noch irgendwas? Stopp nicht. Ein Turbo Ball. Jetzt wieder, geht mal rüber, die Nummer. Mondball. 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 und warum ist das leben so langsam untergegangen spannend machen mensch mit dir Oh, no. Und Doppelkamp. Vielleicht Alex. Sternenshoa. Und let's go. Arenaort Nummer 2. Leiter Kai. Donner Blitz. Zustrahl. Ich bin auch nicht so schlecht, ne? Egal, erst mal. Bam. Bam. Papa, 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 Papa. Den Insektenorden. Den Insektenorden. Ich bin auch nicht so schlecht. Das mache ich denn erst den hier wieder. Okay. Okay, da ist er scheinbar einmal geleckt. Hier. Warte mal, kann man den Teleport nehmen? Erstmal ins Poké Center, ne? Ja, 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 ja.